So, mit Zenobeats wollte ich auch mal was machen. Kimo. Ist ein Kollege von dir? Okay. Geile Stimme. Wow, vielen, vielen Dank für die 5 Euro, Tim Byrd. Lesen wir sofort vor. Ey, ganz schlecht. Ohne Scheiß, ich finde, das ist einer der Newcomer, wo ich tatsächlich mal dieses Gangster-Gerappe abnehme. Warum? Weil er irgendwie nicht sinnloses Geflexe raushaut, sondern irgendwie, es klingt sehr authentisch, Digga. Und er hat eine super gute Stimme, super angenehme Aussprache, finde ich. Er erinnert an Kodo, ja, so ein bisschen, ne, so von dieser cleanen Stimme und nichts super Verrücktes mit Autotune oder sonst was, sondern echt frisch cool. Ist das zu viel, was ich verlange? Sag mal ehrlich. Ist so ein bisschen, so ein bisschen oldschool, ne? So ein bisschen, so ein bisschen oldschool von seinem Rap-Stil und so. Feierlich, mega. Ohne Scheiß, gefällt mir gut. In den Astra, Alter. Seht ihr, das meine ich halt. Komisch, dass man sowas mal als abwechslungsreich betitelt. Gefällt mir echt gut zwischen dem ganzen Scheiß aktuell. Domme, sehe ich genauso. Ich mag seinen Akzent voll, finde ich auch. Ich finde, das macht ihn nochmal so ein bisschen besonders. Während sein Rap-Stil schon sehr, wie soll ich sagen, sehr, ich sag mal, linear. Nicht monoton, sondern linear ist, ne? Ähm, finde ich, ist eine positive Sache. Finde ich groß. Mit geripptem Kennzeichen, zu siebtem Opel-Aster, Scheiß auf das Benzzeichen. Wir wollen schnell steigen, Urlaub für zwölf Scheine. Fette Joints, Sachen packen und die Welt reißen. Manchmal ist Krise, wenn man an die jüngsten Happys denkt. Doch der Jackie gibt uns Kante, deshalb was gelenkt. Zwei fette Züge und der Kaffee ist flash. Komm nicht klar auf meinen Husten, aber fack drauf, ich bin weg. Vergiss die Regeln, gib ein Fick auf diese Welt. Ich will Spaß, eine Chaya, meine Jungs und viel Geld. Also gib mal her. 20.000, nicht Stiggy, ich will immer mehr. Ein fettes Haus, ne Bitch, so als wär ich Millionär. 500.000 Klicks, nee Mann, ich will noch mehr. Also gib mal her. Ist das zu viel, was ich verlange? Ohne Scheiß, ich find's mega, dass er so als Newcomer, ich mein, der sieht wirklich sehr jung aus, dass er kein, 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 nicht auf diesen Trap, Autotune, rein auf Flow und Geflexezug aufspringt, sondern irgendwie sehr, sehr authentisch. Wie heißt der Donation Song? Ausrufezeichen, warte mal. Donation? Sound? Ausrufezeichen Sound? Ich weiß es nicht. Lass uns mal ein bisschen supporten mal wieder, ne? Wir haben, wir haben, glaube ich, schon länger wieder nichts gemacht. Ah, da, Ausrufezeichen Sounds. Da seht ihr, alle, äh, alle sind von mir selber gemacht, ähm, außer der, äh, Sub-Sound. Der ist von, äh, Genetik. Trill. Trill, Trill. Trill, Trill. Es ist nicht monoton, es ist simpel und das macht's geil. Ja, das meinte ich halt mit linear, ne? Also, dass es, dass es einfach linear ist. Also, er geht nicht in ne Kopfstimme hoch, äh, macht so verrückte Sachen oder, äh, superkrasse Ad-Libs oder so, weißt du? Sondern, äh, ja, keep it simple, ne? Finde ich cool. Können wir auf jeden Fall mal ein bisschen supporten, Leute. Äh, wie mach ich das denn hier? Äh, äh, in meinen Chat. Ich muss in meinen Chat. Ich spamm euch jetzt voll damit. Zack, 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 zack. Ich hoffe, mein Ding ist richtig. Nice. Also, wenn ihr Bock habt, äh, gebt dem, gebt dem Jungen ein bisschen Liebe. Guter Kerl. Gefällt mir, was er macht. Ähm.